Die M-Baby ist wieder zu Hause. Ich bin wieder da. Ich hab euch richtig vermisst. Wir haben unterwegs so viele Leute geholfen, dass mein Dankbarkeits-Label auf drei gestiegen ist. Ich habe ein Souvenir mitgebracht. Das Ebenbild von Edibe von Island lässt dir etwas ausrichten. Doku-Rokatel. Das war's. Ich denke, ich werde bald wieder aufbrechen. Zut. Ja, gerne. Vielen Dank. Ich denke, ich werde bald wieder aufbrechen. Gerne. Das wäre eine gute Idee, nach der langen Reise. Irgendwann werde ich auch mehr Zeit mit dir verbringen. Schade. Ich werde nicht heimkommen bis ich die ganze Welt bereist habe. Dann mache ich mich wieder auf. Vielleicht bis bald ein Mal. Und jetzt... Enjoy the show.